Und dann starten wir rein ins zweite Formel 1 Wochenende der Saison 2023. Das ist der Blick auf diesen super attraktiven Kurs. Jeddah Corniche Circuit wird er genannt. Direkt am Roten Meer. Circa zwölf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und die äußeren Bedingungen sind prächtig. Nach wie vor 26 Grad. Ein ganz leichter Wind, der weht. Und wir freuen uns auf ein großes Spektakel. Er war erst dann richtig sauer. Und eine andere Hölle, der wir entdeckt. Und dann können wir die Hölle, der wir flogen. Und dann kann ich diese Hölle ause und streben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020